Auf ne gute letzte Runde jetzt. Und dann in Lords rein. Zehn Kills und ich hab rein. Gar nicht gesehen. Ja dann? Easy. Wer geht mit? Kleine, kleine Wette hier. Abfahrt. Da gebe ich auch nochmal alles. Oh da klebt's nicht. Schade. Wann kommen die anderen? So jetzt aber. Zehn Kills ist er geschenkt. Zwanzig. Dann zwanzig. Geld fehlt. Aha. Packt das doch mal alles weg hier. Ey. Wer? Wo war sie? Ist das wohl los? Hm. Nein. Kling. Scheiße. Klapp nach bitte. Guter Abschuss. Markiere den Rest des Trupps auf der Taktikkarte. Viel Erfolg. Der Feind nähert sich. Oh. Verärgert. Ich glaub den hab mich ein bisschen verärgert. Dreckswaffe. Ist wahrscheinlich mit Diegel reingelandet der Arme. So. Oh ja. Gute Landung. Sehr gute Landung. Ah. Wo hier noch? Ah. Drei Leute in dem. In dem Boomster. Führ mir auch einen. Danke. Noch einer? Oder war das der... Letzte Überlebende? Verstanden. Throne ist im Einsatz. Aufklärung online. Was? Ja man sieht halt die Hitmarker auch nicht. Das ist halt echt bodenlos. Ich glaub ich muss wieder da oben hin. Ich hab äh für Hotmics... Hab ich. Hab ich. Danke Chat. Ah wo geh ich lang? Ich glaub ich muss hier oben bleiben. Oh da ist so viel los. Komm. Oh mein Gott. Was macht er da? Ah. Die Daten sichern bevor sie alles abrichten. Der Feind nähert mich. Er ist down ne? War meiner. Schuss. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja ich darf nicht so. Stopp. Ich muss enden. Der Feind lässt seine Konterdrohne. Schneller jetzt. Komm. Nein wir lassen im Einsatzgebiet. Ne ist ein anderer. Ne ist ein anderer. Ich muss enden. Guter Abschuss. Markiere den Rest. Toll auf der Taktikkatte. Viel Erfolg. Ich seh ihn. Scheiße. Ich war so im Shop gefangen. Ich seh ihn. Ah. Wurfmesser. Das dauert zu lange alles. Das kann nicht sein. Ich hab ihn gesehen. Da hab ich den Shop geöffnet. Dann kam nicht mehr raus. Oh oh oh. Komm bitte bitte bitte. Keine Faxen jetzt. Ey. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Oh Gott. Hilf. Oh das hat viel zu lange gedauert. Nein. Ah. Scheiße. Mann. Das ist einfach zu langsam. Dieses Game. Wo war das eben hier? Ne beim Shop. Oh das ist safe. Komplett despawn alles oder? Scheiße. Ich hab keine Heidung. Was macht er? Na gut. Passt. Kurz chillen. Dann gönnt man sich doch. Nein nicht noch einer. Nein. Scheiße. Hallo. Gib mir deine Plates. Alter. Ja. Habe ich eigentlich die Perks? Ja. Gönn mir bitte die. Ne wird nicht gegönnt. Okay. Nein. Wer ist er? Nein. Was? Okay. Hallo. Er bitte Aufklärungsüberflug. Vielen Dank. Option ist online und klar ist Übereinsatzgebiet. Rainer jetzt. So, wir gehen schön da lang. Die Vorratskisten sind aufgefüllt worden. Ausrüst. Ich konnte nicht schießen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ist er gestorben hier? Scheiße. Wo ist er? Ist das krank spannend wieder. Was macht er da? Schade. Schade. Keine nicht bekommen. Oh, ich dachte hier liegt noch einer lebend. Schade. Da war grad was. Oh, so wichtig. Alter. Schade. Was macht er? Ach. Ach. Ist hier im Wasser noch einer? Weil irgendwo da oben war, ist der letzte. Wichtig. Wo? Geht der lang, er war gerade hier. Das ist er, da ist der Wind mit 20 plus Ansage, ist das geil, ist das schön man, schöne 24er, let's go man, so will ich das sehen, ey aber war das spannend zwischendurch, Hilfe, was für gern falls, ey das ist wirklich von A bis Z eine perfekte Solo-Runde vom Spaßfaktor und Spannung her. So geil SPX, Bas-P, ich lieb's, let's go, oder? Jawoll, wir haben's. Geil gespielt, danke, danke schön man. Danke euch, lasst kein Abo da. Ich zeig ganz kurz einmal meine Klasse noch, damit ihr die SPX hier habt. Ich spiele noch mit Brand, ist halt nicht mehr One-Shot, aber macht halt so noch Bock. Mit hinten noch, groß Cam aus, der Bolzen und hier, dem er Präzisionsschaft, so getunt. Und Bas-P habt ihr auch schon öfter gesehen, Brunenlauf drauf, Holspitzgeschosse, VLK, Laser, 50er-Meg und hinten nochmal den Brunen-Flash-Shaft mit den Tunings. Hat mich gefreut, lasst gern ein Abo da Leute und danke für den Support, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ja.